Nutzer des öffentlichen Nahverkehrs in fast allen Bundesländern müssen bis Ende der Woche mit Ausfällen und Einschränkungen rechnen. In ganz Deutschland bis auf Bayern wird gestreikt, und zwar an wechselnden Orten und Tagen. Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hat die rund 90.000 Beschäftigten in den kommunalen Verkehrsbetrieben zur Arbeitsniederlegung aufgerufen. Verdi will Druck in den laufenden Tarifverhandlungen machen. Darin geht es hauptsächlich um eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen und eine Entlastung der Beschäftigten. Die meisten Streiks sollen am Freitag stattfinden. Die Klimaschutzbewegung Fridays for Future unterstützt den Nahverkehrsstreik und hat für den Tag auch zu einem Klimastreik aufgerufen.